R3, mein Rover mit einem Raspberry Pi als Schaltzentrale, hat Updates spendiert bekommen. Hardwareseitig ist die Kommunikationsschnittstelle zu dem Shuttle-Modul geändert worden. Erfolgte der Datentransfer bislang über eine elektrisch leitende Verbindung, so ist ab jetzt eine Infrarot-Schnittstelle verbaut. Vorteil Nummer 1 ist, dass die fehleranfälligen mechanischen Teile, genauer gesagt der Schleifkontakt und die Metallplatte nicht mehr benötigt werden. Als zweiter Vorteil wird eine Kommunikation mit dem Atmel Microcontroller nur dann aufgebaut, wenn Curiosity Pi auch in Richtung des Shuttles blickt. Für euch als Roverfahrer ist das softwareseitige Update von Bedeutung. Curiosity Pi überträgt ab sofort einen Live-Video-Stream anstelle der Einzelbilder. Nach dem Einloggen dauert es einige Sekunden, bis der Stream etabliert ist. Baut euer Browser auch nach etwa 20 Sekunden kein Videobild auf, so kann der Prozess mit der Schaltfläche VideoStream erneut angestoßen werden. Gleiches gilt, wenn der VideoStream beim Fahren im Robospatium einfriert. Wird das Videobild angezeigt, kann der Roboter wie gewohnt gesteuert werden. Zwischen dem Anklicken einer Schaltfläche und der sichtbaren Reaktion des Rovers verbleibt eine Pause von einigen Sekunden. Ihr steuert immerhin einen Roboter in weit entfernten, von Satelliten bislang nicht kartierten Gefilden. Programmiert und getestet habe ich das Interface mit den Open Source Browsern Firefox und Chrome unter Linux. Wichtig ist, dass das Videoformat MJPEG angezeigt werden kann. Beim Fahren im Robospatium werden Benachrichtigungen im Kontrollpult eingeblendet, wobei gleichzeitig eine zugehörige Audiodatei abgespielt wird. Rufer Nummer 3 fährt seit August 2012 im Robospatium. Es war der Tag, an dem Curiosity sicher auf dem Planeten Mars gelandet ist. Wer das Roboterprojekt finanziell unterstützt, kann eigene Botschaften erstellen, die per Zufall für alle Roverfahrer eingeblendet werden. Das Steuern der Rover bleibt aber nach wie vor kostenlos, zumindest für euch. Mit einer Spende könnt ihr mich für meine geleistete Arbeit und das investierte Geld entlohnen und ihr könnt der ganzen Welt zeigen, dass ihr freie Bildung unterstützt. Mehr dazu und auch die Pläne zum Nachbau gibt's auf der Projektseite. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Steuern meiner Roboter. Danke fürs Angugge und bis bald! 2019 Notmal Gratwa Okay Benachrichtigungen Ich bin